In verschiedenen Posts ging es in der letzten Zeit sehr, sehr hoch und heiß her zum Thema Blutstillung, medizinische Leckabwehr und Kommentare, die immer wieder aufkamen, war, dass es solche speziellen Kurse ja gar nicht richtig gibt. Ob es denn auch irgendwie Kurse für Bushcrafter gibt, ob es generell irgendwelche derartigen Kurse gibt. Ja, die gibt es und die sind eigentlich auch relativ leicht zu finden. Wir haben zum Beispiel einen Präsenzkurs hier in Norddeutschland gehabt, der ist aber unter der Woche so gut wie nicht gebucht worden. Deswegen haben wir jetzt aus aktuellem Anlass diese Kurse auf Wochenenden verlegt. Und das Ganze geht los am 5.10. mit einem Kurs hier auf dem Hof zum Thema Ternakee und Ternakee-Anwendung, zum Thema Trauma-Bandagen, zum Thema komprimierte Gase, was wird wann angewendet. Es geht aber schon damit los, dass wir euch fit dafür machen, dass ihr nicht in eine Situation rennt, in der ihr besser nichts zu suchen haben solltet. Das heißt, wir nehmen euch an die Hand in den Teil der Medizin, für den wir, für den mein Team und ich brennen und machen euch fit. Ganz egal, ob Stichverletzung, ganz egal, ob Umgang mit Kettensäge, der schiefgegangen ist, ganz egal, ob Bushcrafterei, wo das Schnittmesser des Vertrauens einen bladenden Eindruck im Oberschenkel hinterlassen hat. Wir machen euch fit dafür. Wir machen euch aber auch fit dafür, dass ihr euch nicht selber in Gefahr bringt. Alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mir war es ein anderes Blümchen-Schlucken. Wir freuen uns auf euch.